Was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einem Stadt-Review von mir. Ich war heute im wunderschönen Ingolstadt und ich verrate dir in diesem Video, ob Ingolstadt die schönste Stadt Deutschlands ist. Ja, die Stadt ist auf jeden Fall richtig schön und gehört zu meinen Lieblingsstädten in komplett Deutschland nicht. Ich lasse im Hintergrund ein paar Highlights abspielen, die ich so in Ingolstadt gedreht habe. Ja, wer sich denkt, hm, das sind ja nur ganz normale, langweilige Sachen. Ja, der ist richtig. Was Schöneres habe ich dort einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob jemand anderes was Cooleres gefunden hat. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, hier im Hintergrund ist schon die größte Kirche der Stadt zu sehen, aber hm, weiß ich nicht. Hier noch so ein Türchen. Da fand ich den Baum sogar fast schöner mit diesem bewachsenen Efeu. Ja, das war's auch schon. Deswegen würde ich der Stadt zwei von zehn Punkten geben und lass gerne ein Abo da, wenn du noch mehr solcher Stadt-Reviews sehen willst. Bis dahin, hau rein!